Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist hier das Lernvideo Nummer 4 und es wird um normierte Räume gehen. Wir beginnen also dieses neue Kapitel und in diesem Kapitel ist unser Ziel zunächst mal das Konzept der normierten Räume einzuführen. Wir werden dann als wichtigste Erkenntnis feststellen, dass normierte Räume bereits metrische Räume sind und das erlaubt es dann, den Begriff der Konvergenz auf normierte Räume zu übertragen. Wir schauen uns dann Beispiele an. Wir werden den endlich dimensionalen Vektorraum RD mit der Maximumsnorm ausstatten und den unendlich dimensionalen Raum der beschränkten Funktionen mit der Supremumsnorm ausstatten. Und zuletzt bestätigen wir uns mit der Frage, wann denn lineare Abbildungen schon stetig sind. Um den Begriff der Norm auf einem Vektorraum zu motivieren, möchten wir uns zunächst mal an den Betrag auf R erinnern. Wir haben den Betrag so definiert, dass er jeder reellen Zahl eine nicht negative reelle Zahl zuordnet und wir haben dann festgestellt, dass der Betrag insbesondere diese Eigenschaften erfüllt. Das erste ist die Definitheit, die besagt, dass wenn der Betrag einer reellen Zahl 0 ist, dann muss die reelle Zahl schon 0 sein. Die zweite Eigenschaft ist die absolute Homogenität, die besagt, wenn wir eine reelle Zahl mit einem Skalar Lambda multiplizieren und den Betrag nehmen dieses Produkts, dann ist der Betrag identisch mit dem Produkt der Beträge. Und dann die letzte Eigenschaft, die wir sehr häufig verwendet haben, ist die Dreiecksumgleichung, die eben besagt, dass der Betrag der Summe zweier reellen Zahlen kleiner gleich ist der Summe der Beträge. Wenn wir uns diese zwei unteren Eigenschaften hier anschauen, dann kommt dort eine Multiplikation vor und eine Addition. Diese Strukturen haben wir ja auf R eingeführt und wir haben auch diese Strukturen auf Vektorräumen. Wir können also Vektoren ja addieren und wir können Vektoren mit einem Skalar multiplizieren und das erlaubt es einem nun, diese Struktur des Betrages auf Vektorräume zu verallgemeinern. Und das ist hier passiert in Definition 1.12. Dort definieren wir, was wir unter einer Norm auf einem K-Vektorraum verstehen und was ein normierter Raum dann sein soll. Also wir beginnen die Definition damit, dass wir uns einen K-Vektorraum ansehen, hier x genannt und wir nennen dann eine Abbildung, die man, die Abbildung ist so ähnlich wie der Betrag bezeichnet, nur statt einem Strich hat man eben einen Doppelstrich und das ist eine Abbildung vom Vektorraum in die nicht negativen reellen Zahlen. Und so eine Abbildung nennen wir Norm, falls dieselben Eigenschaften wie beim Betrag gelten. Das heißt, für zwei Vektoren, x, y und einen Skalar-Lambda aus dem Skalarkörper k, also aus den reellen oder komplexen Zahlen, wollen wir diese Definitheit haben. Wenn die Norm von dem Vektor x 0 ist, muss der Vektor schon 0 sein. Wir wollen die absolute Homogenität haben. Die Norm des Produktes von Lambda mal Vektor x soll identisch sein mit dem Betrag von Lambda, also dem Betrag des Skalars, mal der Norm des Vektors. Und wir wollen die Dreiecksumgleichung haben. Und wenn unsere Abbildung, die wir hier betrachtet haben, eben diese Eigenschaften erfüllt, dann nennt man diese Abbildung eine Norm auf x und man nennt dann das Paar, bestehend aus dem Vektorraum und dieser Abbildung einen normierten Raum. Ja, und wenn wir die Eigenschaften des Betrages da oben mal angucken und uns auch daran erinnern, dass wir auch einen Betrag für komplexe Zahlen einführen konnten, verstehen wir auch dieses Beispiel und wir sehen, dass R mit dem Betrag und auch der komplexe Zahlenkörper mit dem komplexen Betrag eben normierte Räume sind. Wir haben ja in den vergangenen Lernvideos schon festgestellt, dass R der einfachste Vektorraum, den man hier in der Analysisvorlesung betrachtet, ist. R ist ein R-Vektorraum. Und der nächst komplizierte Vektorraum war ja dann der Rd bzw. Cd. Und das fassen wir beides zusammen als Kd. Und auf diesem Kd möchten wir nun eine Norm einführen. Es gibt verschiedene Normen, die man dort einführen kann. Und was sehr schnell geht, ist die sogenannte Maximumsnorm, die wir hier in dieser Definition definieren. Und zwar funktioniert es so, jeden Vektor in Kd, also das heißt eben D-Tuppel, für jedes D-Tuppel definieren wir die Maximumsnorm von x eben als das Maximum der Beträge der Komponenten. Also wenn wir in zwei Dimensionen sind und x wäre der Vektor 1,2, dann wäre die Maximumsnorm von x eben gerade 2. Und wenn wir hier ein Minuszeichen davor schreiben, 1, minus 2, dann wäre die Maximumsnorm von x immer noch 2. So, und diese Abbildung, die hier definiert ist, ist tatsächlich eine Norm. Das ist der Inhalt dieses Lemmas, also Kd. Zusammen mit dieser Maximumsnorm ist ein normierter Raum. Das möchten wir kurz beweisen. Zunächst ist einmal klar, dass die Abbildung, die hier definiert ist, natürlich den Kd in die nicht-negativen reellen Zahlen abbildet. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch diese drei Eigenschaften nachweisen, im Beweis, nämlich die Definitheit, die absolute Homogenität und hier die Dreiecksungleichung. Fangen wir mit der Definitheit an. Also wir nehmen einen beliebigen Vektor x her und nehmen an, dass die Maximumsnorm von x eben 0 ist. Wenn wir die Definition der Maximumsnorm einsetzen, bedeutet das, dass das Maximum aller Beträge der Komponenten eben 0 sein muss, dieses Vektors. Und das bedeutet, dass aufgrund der Definitheit des Betrages, bedeutet das, dass die xis, also die Komponenten von x, alle 0 sein müssen. Und damit ist x der Nullvektor. Und in der Tat haben wir halt dann die Definitheit nachgewiesen. Für die absolute Homogenität brauchen wir ein Skalar und einen Vektor. Wir betrachten das Produkt des Skalars mit dem Vektor und nehmen davon die Maximumsnorm. Hier haben wir nur die Definition der Maximumsnorm verwendet. Wir können jetzt mit der absoluten Homogenität des Betrages auf K feststellen, dass dieses Ding ja nichts anderes ist als Betrag von Lambda mal Betrag von Xi. Und wenn wir jetzt das Maximum über die Is von diesen Produkten nehmen, dann sehen wir, dass wir diesen Betrag von Lambda aus dem Maximum herausziehen können. Das ist hier passiert. Und dann sieht man, erkennt man, dass hier nichts anderes steht als die Definition der Maximumsnorm von x. Und wenn man das von ganz links nach ganz rechts liest, haben wir dann eben die absolute Homogenität nachgewiesen. Ja, für die Dreiecksumgleichung brauchen wir zwei Vektoren. Wir nehmen die Maximumsnorm der Summe von x und y, setzen einfach die Definition ein und verwenden an dieser Stelle dann die Dreiecksumgleichung für den Betrag auf K. Das ist hier passiert. Und wenn wir jetzt das Maximum nehmen von zwei Zahlen, dann ist es immer kleiner als das Maximum des einen Ausdrucks plus das Maximum des anderen Ausdrucks. Und so erhalten wir dann letztlich die Summe der Maximumsnorm von x und y. Und damit ist der Beweis zu Ende. Ja, die Maximumsnorm haben wir auf dem d-dimensionalen Vektorraum KD eingeführt. Und das Analogon für den unendlich dimensionalen Vektorraum ist die Supremumsnorm, die wir auf dem Vektorraum aller beschränkten Funktionen einführen können. Also, und das passiert hier in dieser Definition. Wir nehmen uns eine Menge her, d, und eine Funktion von d nach k, die beschränkt ist. Wir erinnern uns an diesen Raum, den wir im letzten Lernvideo eingeführt hatten. Und für so eine beschränkte Funktion definieren wir nun die Supremumsnorm durch diesen Ausdruck. Was machen wir hier? Wir nehmen also das Supremum über alle Punkte x aus dem Definitionsbereich der Funktion und nehmen dann das Supremum über die Beträge der Funktionswerte. Da wir angenommen haben, dass f eine beschränkte Funktion ist, ist das, was hier steht, immer endlich. Da kann also nicht, es ist wirklich ein Supremum und es ist nicht plus unendlich. Und das nächste Lämma sagt eben nun, dass wenn wir den Vektorraum der beschränkten Funktionen mit dieser Supremumsnorm ausstatten, dann erhalten wir einen normierten Raum. Gut, das muss man wieder beweisen. Zunächst erinnern wir daran, dass bd, also der Raum der beschränkten Funktionen, auf d, ein Unterraum ist des Vektorraums aller Abbildungen von d nach k. Und das hatte ich schon erwähnt, wenn wir eine beschränkte Funktion haben auf d, dann ist eben die Supremumsnorm von f eine nicht negative reelle Zahl, also insbesondere nicht plus unendlich. So, und jetzt müssen wir wieder die drei Eigenschaften nachweisen. Wir fangen an mit der absoluten, mit der Definitheit. Und wir zeigen eigentlich jetzt die Negation, also wenn wir an die Definitheit denken, dann sollen wir ja zeigen, wenn der Betrag von f gleich 0 ist, dann ist f gleich 0. Und die Negation der Aussage ist, wenn der Betrag von f ungleich 0 ist, also er muss dann echt größer 0 sein, dann muss das eine notwendige Bedingung dafür sein, dass f ungleich 0 ist. Okay, fangen wir also an. Wir nehmen an, f ist ungleich 0. Jetzt muss man kurz überlegen, was das bedeutet. f ist ein Vektor, das ist in bdk, das heißt, es ist eine Funktion. Und diese Funktion soll ungleich sein dem Nullvektor in diesem Raum. Und der Nullvektor in diesem Funktionenraum ist die konstante Funktion, die 0 ist. Das heißt, f ungleich 0 bedeutet, dass f nicht konstant 0 ist. Und das bedeutet, es existiert eben mindestens ein Punkt im Definitionsgebiet, sodass f von x ungleich 0 ist. f von x ungleich 0 ist gleichbedeutend dazu, und hier verwendet man die Definitheit des Betrages in k, ist gleichbedeutend dazu, dass Betrag von fx eben echt größer als 0 ist. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, dass die Supremumsnorm ja das Supremum nimmt über die Beträge der Funktionswerte von f, sehen wir sofort, dass hierdurch die Supremumsnorm von f echt größer als 0 sein muss. Gut, dann wollen wir die absolute Homogenität nachweisen. Wir nehmen uns also noch einen Skalar aus dem Körper, r oder c, molypizieren das mit der Funktion und schauen uns die Supremumsnorm an. Hier steht einfach nur die Definition der Supremumsnorm. Wir können hier die absolute Homogenität des Betrages auf k verwenden und sehen, dass das dann das Produkt ist dieser zwei Beträge. Und jetzt können wir hier den Betrag von Lambda aus dem Supremum rausziehen. Und an dieser Stelle benutzen wir in der Tat, dass das Supremum von f eben nicht plus und endlich ist, denn prinzipiell könnte Lambda ja 0 sein an dieser Stelle und wenn das Supremum von f eben plus und endlich wäre, was es nicht ist nach Voraussetzung, dann hätten wir hier an der Stelle den Ausdruck 0 mal unendlich und das ist ja nicht definiert. Okay, aber fangen wir nochmal hier an. Also wir können jetzt hier den Betrag von Lambda aus dem Supremum rausziehen und dann bleibt hier Supremum von fx, Betrag von fx stehen und das ist nichts anderes als die Supremumsnorm von f. Dann im letzten Punkt geht es um die Dreiecksumgleichung. Wir nehmen uns zwei beschränkte Funktionen und schauen uns die Supremumsnorm an. Wir haben hier die Definition ausgeschrieben und jetzt verwenden wir zunächst mal die Dreiecksumgleichung des Betrages und dann die Tatsache, dass wir das Supremum einer Summe von Funktionen durch die Summe der Suprema abschätzen können, wenn die Funktionen nicht negativ sind und das sind sie ja, wenn man hier einen Betrag hat. Und dann kommt eben hier die Summe der Supremumsnormen von f und g raus. Ja, also dieser Raum der beschränkten Funktionen, den könnte man prinzipiell auch mit verschiedenen Normen ausstatten, aber diese Supremumsnorm, die wir hier betrachtet haben, ist wirklich die Standardnorm auf diesem Raum und oft sagt man gar nicht dazu, dass man die Supremumsnorm auf dem Raum der beschränkten Funktion betrachtet und dann ist es aus dem Kontext oft klar, dass diese hier gemeint ist. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses vierten Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.